Hallihallo und Herzen Willkommen zu einer neuen Folge AKC Recap Episode 107 Holy Shit, das ist ja echt der Wansinn Ähm, wir starten wieder durch mit Need for Speed Underground, dem Display Apropos Need for Speed, da muss ich jetzt mal ganz kurz Ähm, einen Moment, ich weiß, ich bin grad hier ganz schwer, das schlägt in den Köln aber Ähm So, ähm So, genau, ähm, Need for Speed Ich hab mir tatsächlich gestern und es ist grad eben, also es ist grad eben heute gekommen irgendwann Ich bin jetzt auch noch nicht lange daheim Und zwar Need for Speed Undercover Jetzt fragt ihr euch vielleicht, hä, Need for Speed Undercover, Alter, in welchem Jahr tausend lebst denn du? Ja, das ist ne gute Frage Aber, ich hab letztens meine alte PSP wieder ausgepackt Und, hab so ein bissl geschaut und ich hab euch, ich weiß nicht, ob euch das gemerkt hat, aber ich hab euch vor einiger Zeit schon mal erzählt, dass ich eigentlich jedes Mal, wenn ich im Urlaub bin, meine PSP wieder dabei hab und dann da eigentlich einmal GTA Vice City Stories durchspiel und, äh, ich hab dann letztens ein bissl so geschaut, was es dann noch so spielemäßig gibt und ich hab mir gedacht, okay, dann kauf ich mir halt für 6 Euro Need for Speed Undercover, ähm, ich hab's dann jetzt auch schon das dritte Mal, einmal für die PS2 hatte ich's damals Für Steam hab ich's, da hab ich's aber nur irgendwann mal gekauft, weil's einfach halt irgendwie 1,50 Euro gekostet hat Pff, naja, man gönnt sich ja sonst nix, ich hab zwei Minuten Spielzeit Ähm, jetzt hab ich mir gedacht, ja, warum nicht mal wieder für die PSP, ähm, weil ich glaub, das ist eigentlich ganz, also, keine Ahnung, ich find PSP find ich schon echt cool Also, ja, schauen wir mal, ob das was ist und ich glaub, ich hab eigentlich Most Wanted auch noch, aber ich bin da noch am Schauen, ich glaub, das hab ich meinem Kumpel geliehen, ähm, und seitdem nie wieder gesehen Vielleicht hab ich's aber auch einem Kumpel verkauft und ich kann jetzt sagen, ich hätt's ihm nur geliehen Naja, schauen wir mal, Leute, ähm, lange Rede, kurzer Sinn Wir gehen weiter mit, ähm, Folge 43, der Bekloppten AG in Farming Simulator, das Ende einer Ära, Folge 1 von 2, das ist nämlich die, äh, vorletzte Landwirtschaft Simulator, äh, Folge, ähm, von unserem Hut Server Danach ist Ende im Gelände hier, ähm, es kommt dann noch eine Spezialfolge, wo wir im Prinzip nochmal sowas wie ein Recap machen, aber dann ist es das gewesen Also, da auf jeden Fall reinschauen, weil jetzt sind die letzten beiden Folgen, sprich 43 und 44, kommt ein kompletter, ähm, ja, ich würd fast sagen, eine World Tour, also ein Weltrundgang, weil nicht bloß Hofrundgang, das kann man eigentlich so nicht sein Weil wir haben 5 Höfe, 6 Höfe, ich weiß es gar nicht mehr auswendig, also wir haben richtig viel zu zeigen, also Leute, da auf jeden Fall reinschauen, weil, äh, Ähm, das war echt ganz cool, so, weiter geht's mit der Folge 11 von, äh, Hut Minecraft Staffel 2, die Geschichte des kleinen Andis Und Leute, schaut euch diese Folge an, es ist der Tweet, der macht mich manchmal echt wahnsinnig, aber dann bringt er mich auch wieder so zum Lachen, deswegen Leute, schaut euch diese fucking Folge an, ist so geil, die ersten 10 Sekunden schon, da hab ich schon ein bisschen was quasi geteasert, einfach nur der Hammer Genau, dann geht's weiter mit Bedtime MV2, Multivan Live Commentary, Leute, ich kann mich, ich bin schon so happy, oder was heißt happy, ich freu mich schon so auf, ähm, das neue Call of Duty, ähm, jetzt gibt's ja doch schon recht richtig viel mittlerweile an Gameplay zu sehen und so weiter, von den ganzen, äh, Eröffnungs-Livestream-Events, äh, und so weiter, ähm, das schaut alles schon sehr, sehr nice aus, also, da bin ich gespannt, ob's MV2 quasi toppen, beziehungsweise halt mal wieder diesen, diese Community, also diese MV2-Base, ähm, Spieler wieder reaktivieren kann. Dann geht's weiter noch mit, ähm, Arc-Episode 165, das ist dann das letzte Video der Woche, ähm, Schneeballschlacht im August, warum Schneeballschlacht im August, das liegt daran, weil, ja, wir jetzt August haben, und die Schneeballschlacht, allerdings, äh, ja, letztes Jahr im Frühjahr, also Winter war, also ist schon ein bisschen her, ähm, alles weitere natürlich auch in der Folge. Und damit war's das auch dann wiederum von mir für diese Folge, ähm, was ich jetzt für euch noch hab, das ist komplett nebensächlich, es ist auch nicht auf YouTube, sondern auf Dailymotion, eine andere Videoplattform, sag ich jetzt einfach mal, da möchte ich euch einfach mal ein, eine Dokumentation ans Herz legen. Ich selbst bin noch nicht durch, das Ganze ist eine 3-Stunden-Dokumentation, ich bin jetzt erst bei knapp einer, bei knapp der Hälfte, also Stunde 20 oder sowas, glaube ich, habe ich jetzt. Ähm, es geht dabei um, 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 um England, also um, um London, äh, und, äh, ihr, äh, Kanalisationsproblem. Das Ganze ist der 5 Billion Pounds Super Sewer, also der 5 Millionen, äh, 5 Billionen Pfund teure, ähm, Superkanalisation, wenn man das jetzt mal so übersetzt. Ähm, das Ganze ist eine englische Dokumentation, ähm, also, wer da ein bisschen Schwierigkeiten hat, für den ist es wahrscheinlich eher nix, aber ansonsten, also, man kommt sehr gut mit, also, ich bin jetzt auch nicht gerade der, der, der Pro in Englisch, äh, aber, ähm, ähm, für das hat es auf jeden Fall gereicht, ähm, wie gesagt, finde ich es super interessant, kann ich euch nur ans Herz legen, ich packe euch einfach mal den Link zur ersten Folge unten in die Videobeschreibung rein, und, ähm, also, wirklich, wirklich richtig, richtig cool gemacht, also, ich hätte nicht gedacht, dass die Engländer so viel Scheiße in ihren eigenen Schloss reinpumpen, aber okay, gut, ähm, in diesem Sinne, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen, wir sehen uns hoffentlich, äh, ja, im Laufe der Woche wieder, ansonsten, bis in der Woche, dann beim nächsten Mal, Recap, tschaußen! 'm